Als die Luka aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie, sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Wäre es ein Monument des Vergessens, dann wäre ja jetzt keiner mehr da. Die Master-Überbrückung. Die Master-Überbrückung? Sie, sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Wie sie dran drückt. Das klang nicht gut. Versuch bitte... Versuch bitte nicht in den Tod zu stehen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Ja. Schön halten. Schön halten. Was er mir früher sagen soll mit dem, äh, nicht in den Tod stürzen. Kann ich da irgendwie raufkommen? Ja, aber nicht so, wie ich möchte. Oh, da oben ist so ein... Oh, da oben ist so ein Sprung-Dings, die... häng dich da mal hin. Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Oh, yeah. Jetzt kriege ich sie. Schildweberin. Das ist dumm. Dingensbums. Krasse Technologie. Wenn ich da runtergefallen wäre, da würde ich jetzt einfach in den endlosen Abgrund stürzen, weil ich es nicht geschafft hätte, dieses Ding zu... äh... Ja, da komme ich doch nur über den Weg hier rüber. Ich bin, aber ich bin... wieklar, Ja, ich bin... selbst so, als es... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... ... es ist die Möglichkeit, Oh, well, nice. Oh, warte mal. Hier war ich ja schon. Da komme ich da doch nicht drüber, oder? Wie sie es überdreht hat. Ah, hier wo ich die Energiezelle geholt habe, das finde ich gut. Irgendwie lehnt mich die Musik gerade an Dark Souls 2. An Majula. Oh, wie komme ich jetzt wieder weg? Muss da rauf. Ah, okay, wenn man das halt mal sehen würde, dann würde ich vielleicht eine andere Farbe wählen sollen. Oder die Schäde sind einfach nur zu krass. Kann aber auch beides sein. Oh, du bist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Gleich kommt. Es ist so, ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen. Und gab es mir. Solches Wissen. Unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm. Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil, Gaias? Minerva. Ihr Kotbrecher-Modul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Ferro-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umbandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Hm, ich sehe mir alles. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eklipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Mach's einfach kurz. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand. So wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf. Direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas. Ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titan. Tief in den Dschungeln des Juwels. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen. Bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren. Ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort. Die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik. Analysis. Unvorstellbar. Warum die Kaja? Und die Schatten-Kaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester bei Havas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades' genauen Vorgaben. Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eklipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Für wahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug. Und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus. Aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Du hast wirklich alles für Wissen. Und du hast alles getan, um deine Fehler wieder gut zu machen. Du hast viel Schlimmes getan, Silence. Aber du hast auch alles getan, um es wieder gut zu machen. Es ist nicht gerade ausgewogen, aber... Du hast's versucht. Lass mich ehrlich sein. Ich würde es wieder so tun. Mit etwas mehr Vorsicht vielleicht. Aber grundsätzlich gleich. Ich dachte, aus vielen Lern lernt man. Nein. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Master-Überbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seine Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall. Und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja... Du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so... Hineingestolpert. Tja. Muss ich aber kurz... So. Jetzt habe ich die... Quelle ausgewählt, damit ich Screenshots machen kann. Oh, Schatten. Oh, cool. Eine starke Waffe entdeckt. Aufgabe! Abgeschlossen. Oh. Die Zeta Epsilon. Hase hat... Achso. Aber... Kann ich nicht aufrüsten. Der drohende Schatten. Ich glaube, das ist die letzte Mission. Kann das sein. Er muss Avarth erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm... Kann ich hier... Ah, okay. Ich muss da raus. Komme ich denn hier weg? Ah, okay. Über den selben Weg. Ich muss da raus. Mach's doch weg. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Ach, da vorne ist auch ein Panorama, aaaah, Scheiße, will ich mir auch noch holen. Ich hoffe mal, dass hier keine Maschinen mehr sind, ich habe es keinen Bock zu kämpfen. Ich hoffe mal, dass hier keine Maschinen mehr sind, ich habe es keinen Bock zu kämpfen. Ich dachte, wir hätten hier 50 Grad im Schatten. Natürlich muss ich mich da erstmal komplett außenrum hangeln, um da irgendwie hinzukommen. Willkommen. Okay. 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 Okay.